Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3 und dem Honor Mode. So und ja, ich war gerade noch mal kurz im Lager, um ja hier noch Sachen zu holen zum Verticken. Und da ist der, ist der, ist der Händler weg. Wir nehmen alles gut. Wir brauchen das auch alles. Sogar die Leichen haben die mitgenommen. Das Geräusch, das macht mich immer ein bisschen blöd. Okay. Einfach ausgeflogen hier alle. Das ist toll. Zuck, zuck, zuck. Nein, der nicht. Da hört ihr das Geräusch? Ich hab nur keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, das Geräusch. Ist wie das, ne? Ist wie das. Gut, dann räumen wir auch mal den Keller leer. Hauen die einfach ab. Frechheit. Das Geräusch des Todes. Delightful. Delightful. Mhm. Kommt, jungs. Geh mal avec. Du dich. Dr. Ja, ich glaube da, da holen wir auch mal eben hier den guten Asterium. Der kann sowas. Oh. Ah, Will. Deine Minds sind als eine. Will sieht, dass du deinen Infernal-Target in seinem Minds-Eie. Ach, ja. Das weiß ich nicht. Für Bedenken ist es etwas spät, meint ihr nicht? Nichts. 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 Karlak blazed mit dem Feuer von Avernus. Du sahst. Du sahst. Du sahst. Infernal Essence, tip-to-toe. Ja. Ich habe miriart gefeiert, jeden Tag ein Gefahr zu Feirud. Ich habe die Hörner aus den Kopf, ohne eine zweite Frage. Warum sollte diese Zeit anders sein? Ich habe mich verletzt. Hälte die Bede. Heil der Klingel! Heil wieder! Und wir müssen unsere Streicher immer ihre Marken finden. Wer wird verarschen? Wo ist der Vampir hin? Heil der Klingel! Hä? Lizelle! Schattenherz! Will? Ach, da ist er! Er hat seinen eigenen Raum! Ist ja ein Ding! Ja! Ja, aber der frisst nicht viel. Ich brauch dich! Ja, ja. Deswegen kann Gail jetzt mal ne Pause vertragen. Excellent! Oh Gott! Mann, 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 Mann! Das ist schon eher besser, wenn wir die Jungs mal hier alles zusammen packen. Was? So, wo hat das noch geklingelt? Gut. Very fashion! kohle kohle kommen wir kommen wir gut gebrauchen bleibt mal ganz entspannt mädels und jungs ja auch gebrauchen auf jeden fall auf jeden fall wo ist der kisten sound hin auf jeden fall hier gibt es fette Beute nehmt Nein, mit. Hey, Kate, I see a trap. Okli dokeli. Nicht reinlatschen, bitte. Tja, definitiv können wir das gebrauchen. Oh, was ist denn mit dem Fass? Ach komm, nimm mit das Wasser. Ne. Beware. This place is trapped. Toll, ey. Die Bösen entkommen lassen. Karlachs Leiche noch geschändet. Tja. Was ist hier mit der Vase? Ja. Dann mach halt so. Ja, und dann dachte ich, was ist das? Ich denke, wenigstens, dass der Will dann wenigstens zufrieden ist, ne? Vor allem kommt er jetzt wahrscheinlich nicht mehr ins Horror an und... und will ihn da äh... Wat, wat, wat? Ist da nix hier von euch wahrgenommen worden? Ey, nicht so weit vorrennen, ja? Guck mal her. Guck mal her. Gold. Heiltrank. Kette. Noch mehr Gold. Schützende Hände. Wenn du dein Eid fokussierend zauber wirkst, erhältst du Heldenmut. Wir sind leider kein Paladin. Und, wenn du dein Eid fokussierend zauberst. Wenn du dein Eid fokussierend zauberst, dannll ich dich, wenn du dein Eid fokussierend zauberst. schon leer gemacht ich höre also großschwert ist nicht nie ein besetzter schild leer 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 die führung der zentren dann haben wir das wohl ist hat erledigt ist ja bei scarim in die säcke reinzugucken ist totale zeitverschwendung aber hier kann man sich ruhig mal die zeit nehmen da noch mal ein rapier ich glaube die dinge haben wir alle ja ich glaube schon jetzt 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 ja 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 na ja p ja ja halt Tchö. Tchö. Okay. Meh. Hiftanix. Hiftanix. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, what's that? Alles klar. Wird gespeichert. So... 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 So haben wir schon mal gespielt Das kriegst du jetzt nicht mehr so Toll Einzige Zeit, um zu resten. Will, buddy, I thought it was time I dropped by the doghouse. Mizora. The one and only. You haven't introduced me to your friends. Where are your manners? Oh, you flatterer. Why? If I had a heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the founder of his power. Your warlock friend is my puppy. And he's been a very good boy. I say fetch, and he'll fetch. I say kill a fugitive tiefling, and... Well, I don't need to tell you. You said devils only. She was a tiefling, not a monster. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Cheer up, Buttercup. Carleck had no heart. You did the world a favor. More to the point. You obeyed. Redet schon, Teufelin. Was wollt ihr? The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. What? Always a pleasure. Shame that tadpole's gone and pissed on your party. But I'll be damned if it goes pissing on mine. I've got some errands to do. But don't you fret much, pup. I'll be back in three shapes of your tail. Keep an eye on him, will you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will. Don't forget. Our pact still stands. Tata. Tata. Belohnung. Die Klinge der Grenzen. Wir haben Wills diabolische Schusspatronin Missora kennengelernt. Sie war zufrieden damit, dass er Carleck getötet hat. Sie belohnte Will für sein Gehorsam und verschwand, obwohl es den Anschein hat, dass wir ihr wieder begegnen werden. Und was hat er da gekriegt? Die infernalische Robe. Sehr seltene Rüstungsklasse. Feuerschild. Wärme, Hervorrufung, Zauber des Viertgerades. Rüstungsklasse plus eins. Gewährt Resistenz gegen Feuerschaden. Vermutlich war Missora nicht immer eine sinnliche und manipulative Wohltäterin gebeutelter Seelen. Wie will? Die Hierarchien der Hölle auszuhandeln, führt zu Änderungen der Gestalt. Aber war sie je weniger schön, gelehrt oder stur? Weißt du noch, hab ich die jetzt oder was? Jo. Ja, aber ich will die nicht. Obwohl. Was haben wir? Wir haben Rüstungsklasse 13. Und da würde es bleiben. Bei Rüstungsklasse 13. Feuerschild. Was ist denn der Feuerschild? Sengende Flammen senden Licht in einem Radius von 3 Meter. Du erleidest durch Kälteschaden nur den halben Schaden und fügst jedem Gegner, der dich mit einem Nahkampfangriff trifft, 2 bis 16 Feuerschaden zu. Zehn Züge. Das ist eine Bonusaktion. Verleiht einen Bonus von plus 1 auf der Rüstungsklasse, wodurch die Chance sinkt, dass du von einem Angriff getroffen wirst. Zehn Grundklasse 2, ist okay. 13. Ist noch nicht allzu pralle, aber dann kann man das Ding auch tragen. Gepolsterte Rüstung oder das Ding ist dann eigentlich wurscht. Ja, äh. Finde ich nicht so geil. Nein. Und sonst das Schattenherz. Was ist das Thema? Alles gut. Alles gut, Schätzchen. Hast du was? Hallo. Was kann ich für dich tun? Was ist auch nichts? Gut. Lezel, alte Terrorqueen. Gale ist positiv vorgesehen. Well, lass ihn alle Magik, die er braucht. Keine Sorge, ich geb dem nur Müll. Ach, Will. Na, du ja nicht. Ja. 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 Ja, die Klingel der ganzen muss so einiges erklären. Ich sag's, was ich kann. Aber es wird nicht genug sein. Es ist Mizzora, der mir die Macht verbreitet, um die Konjure-Armor und Kast-Eldrich-Blasten zu verbreiten. Bevor ich infektet wurde, konnte ich sogar Hellbeasts und Summon-Festering-Clouds nennen. Aber ich versuche dir, jeder Husten von meiner Bläden und jeder Flamme, die ich spartete, war für das Gute des Kostes. Oh, so habe ich gedacht, bis Karlaq. Als Held sterben oder so lange leben, bis man selbst zum Bösewicht wird, ne? Was sind denn die Bedingungen deines Pakts? Ich kann nicht unterbrechen die Terme oder die Verstände der Pakt. Ich kann dir sagen, dass alles alles ist, aber der Pakt ist verbreitet. Aber ich sage das, wenn ich mich mit Mazzur zu tun habe, ich habe nicht regrettet für ein Herz. Es war mein Proudest Deed. Es war wert, dass die Sacrifice. All ich kann dir auf das, ist meine Solemn-Word. Ah. Es ist okay. Kratzer. Alles gut? Komm her, du. Das ist die Sau. Komm her, du. Sehr seltene Klamotte kriegst du hier. Dafür, dass du... Ja, hier ist, äh... Jetzt dicht, wa? Zweimal hintereinander, ne Eins, weißt du. Kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Zweimal hintereinander ne Eins gewürfelt. Guck mal her. Guck mal her. Supplies. Diebeswerkzeug. Noch mehr Futter. Noch mehr Futter. Was ist hier? Die hat mal leer gemacht, gut. Was ist denn da? Was ist hier? Hochmet. Was ist hier? Was ist hier, ich hoffe. am link smoke something is burning he of the unsleeping eyes grant me the might to carry this burden grant me the faith Was bei den Höllen ist hier los? Na gut, dann lass ich dich. Einfach sein. Ein Ragnu und Ravengard könnte drin sein. Nicht nur stand da. Pusche! Innerhalb, schnell! Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen aber, weil du hier der Stärker-Charakter bist. Feuer! Hör! Geh das Ding weg von mir! Da sind aber wieder hier ganz knappe Kisten. Geh das Ding weg? Nein, kannst du nicht, ne? Ah, ist okay. Wunderbar. Ein Fischspiel. Das ist alles. Das ist ein Wettbewerb. Alter, Lizelle ist gleich tot. Mach die Tür auf. Wir können sprechen, wenn du mich von hier rauskriegst. Ja komm, bleib du mal kurz stehen. Ja, 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 ist in Ordnung, ist in Ordnung. Lass uns gehen. Ein langer Weg zu gehen. So, mit Rennen ist nix, Gott. Proceeding. Schau nach vorne. Kein Zeit für Dallon. Oh, action, not reaction. Objective noted. Ich bin jetzt alles von mir geladen. Ich bin jetzt ganz klar. Probieren Sie mich an. Was ist denn? Ich wundere, was das nächste Mal ist. Eine true Weise. Was ist das Blatt? Nein, nein. Wits and blades, always sharp. One true way. I've slaughtered everyone. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you alright? It takes more than mere fire to break me, Yuva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the manor and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust, you'll see it through. Ravengard is a champion for the people in Baldur's Tor. A champion indeed. He's the invisible force, holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear, that may have been the intention of those who abducted him. Warum gerade mir vertrauen? Ihr habt andere unter eurem Befehl. By the time aid arrives, it might be too late. You, the heart of a dragon and the will of a hero. Puh. Tell me, I can count on you. Ich hab meine Ex-Freundin geköpft. Nur mal so, ne? Ich werde Herzog Ravengard retten. Mein Wort auf. Danke. Und sollte eure courage falter, erinnere den Duke's Generosität. Geh. Du solltest den Drow-Trail mit Ease erzeugen. Ich will seek Reinforcements und dich mit, wenn ich kann. Fist, um zu arbeiten. So. Da hätte ich dann natürlich gerne hier den Zauberfunkler. Elektrifizierte Venen. Wenn der Anwender mit einem Zauber- oder Zaubertrick bewirkt, erhält er zwei Blitzladungen. So. Blitzladungen. Blitzer durchzucken dich. Du hast Plus Eins auf Angriffshürfe und bewirkst zusätzlich einen Blitzschaden. Wenn du fünf Ladungen erhältst, werden sie verbraucht, wenn du das nächste Mal Schaden bewirkst. Und du bewegst zusätzlich einen D8 Blitzschaden. Du verlierst eine Ladung pro Zug. Wisst ihr Bescheid, ne? Warum ich den haben will? Gut. Mittlerweile weiß ich eben auch, wie man den Quatsch wieder ausschaltet. Den rundenbasierten Modus dabei, aber im ersten Mal noch ein kleines Problem. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal dafür. Aber ist halt immer leichter, wenn man weiß, was man zu tun hat. So, wo ist das Ding? Tja, krass. Coole Rüstung gekriegt, dafür, dass ich Karlach geköpft habe. Gott im Himmel. Gott im Himmel. Dieses Let's Play, ne? Es läuft absolut nicht so ab, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber anscheinend sind wir trotz alledem gut gerüstet. So. Aber an der Stelle ist Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Doppel-Eins gewürfelt. Yippie-yay. Honor-Mode, sag ich da nur. Bye-bye. Tschüss. Shri W